Dann schießen wir einfach los, ja? Hannah, wir legen einfach los, okay? So, vielen, vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Es ist sehr, sehr schön, Sie hier alle zu sehen. Es ist der dritte Teil von unseren acht Geheimnissen für eine glückliche Ehe, glaube ich, so hieß das. Ich wurde daran erinnert, allen zu sagen, dass diese Reihe von Limod und Tora mit Zion gesponsert wird. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Ich glaube, Hannah wird jetzt noch am Ende einen Link posten. Bei Jay geht es vielleicht, wenn Sie eine kleine Summe spenden werden für die Organisation, die so tollen Unterricht für Frauen und Männer und auch für alle in der Welt ermöglicht. So, letztes Mal haben wir über Unterschiedliches gesprochen. Wir haben geredet über die Bedürfnisse, und das war tatsächlich auch die Hausaufgabe, die eigenen Bedürfnisse aufzuschreiben. Ja, das heißt, es wäre gut, wenn man so ungefähr auf 50 Bedürfnisse kommt, Sachen, die ich gerne hätte, Sachen, die ich brauche. Okay, wir werden noch ein bisschen differenzierter dazu kommen. Es ist wichtig, diese Sachen zu kategorisieren. Das heißt, wir haben vier Bereiche genannt, die absolut notwendig sind für jede Person und für jede Frau insbesondere. Okay, und diese vier Bereiche müssen gedeckt sein. Diese vier Bereiche müssen gefüllt sein. Okay, das ist der physische Bereich. Einfach, wie mein Körper funktioniert, was mein Körper einfach physisch braucht. Das ist der intellektuelle Bereich, erklärt sich von alleine. Der emotionale und der spirituelle. Alle diese vier Bereiche müssen im Leben einer Person komplett ausgewogen sein. Komplett wird es niemals sein, aber man strebt es an, eine Balance zu finden. Okay, jeder von diesen Bereichen sollte in meinen Bedürfnissen vertreten sein. Natürlich, jeder ist sehr einzigartig und hat seine Bedürfnisse. Aber es ist wichtig und viele Frauen neigen dazu, bestimmte Bereiche zu vernachlässigen. Zum Beispiel ein typischer Bereich, wenn ich mit jungen Frauen arbeite, ist Freundschaft. Und sobald man heiratet, plötzlich lässt man alle Freunde liegen, weil einfach so viel los ist und der Mann da ist und so weiter. Ja, es ist ein extrem wichtiger Bereich. Wir werden nochmal extra darüber reden, wie wichtig es für eine Frau ist, einen sogenannten Frauenkreis zu haben. Einen Kreis von weiblicher Kommunikation. Es ist extrem wichtig, weil bestimmte Konversationen werden sie mit ihrem Mann nicht führen können. Und je ausgeglichener sie ist in ihren weiblichen Freundschaften, sehr oft wird es sehr viel Spannung aus ihrer Beziehung mit dem Mann wegnehmen. Wir haben gesagt, dass es sehr, sehr wichtig ist, für jede Frau für sich zu definieren, was sie genau von der Ehe erwartet. Genauso wie wenn wir, keine Ahnung was, ein neues Gerät kaufen. Okay, ich kaufe einen Ofen. Ich muss genau verstehen, wofür brauche ich dieses Gerät. Okay, dieses Gerät ist nicht dafür da, um mein Zimmer zu beleuchten. Dieses Gerät ist keine Heizung. Okay, dieses Gerät ist kein Staubsauger. Es ist ein Ofen. Und dementsprechend wähle ich die Funktionen und bin ich bereit, da rein zu investieren. Und es ist wichtig zu verstehen, dass eine Ehe wird nicht alles lösen können. Viele junge Mädchen denken, ich werde heiraten und es wird für mich diesen und diesen und anderen Bereichen lösen. Und wir sagen immer, die Ehe ist kein Krankenhaus. Okay, die Ehe wird Sachen nicht heilen können. Die Ehe wird Sachen nicht lösen können. Was aber im Gegenteil sehr oft passieren wird, ist, dass die Ehe wird Sachen offenbaren, vielleicht ans Licht bringen. Okay, genau wie ein Lackmuspapier. Sachen offenbart, okay, es ist offenbart, wie säuerlich, wie basisch etwas ist. Genauso eine Beziehung wie Ehe offenbart Sachen, die ansonsten versteckt wären. Hat jemand eine Ahnung oder eine Vermutung? Warum ist es so, dass die Ehe Sachen, also lassen wir mal die erste These, dass die nicht heilt, aber dass die Ehe bestimmte Sachen in uns offenbart, bestimmte Sachen in uns offenlegt, wie eigentlich fast gar keine andere Beziehung. Ich lasse mal die Beziehung zu den Kindern beiseite. Was ist an der Ehe spezifisch so, dass genau diese Beziehung uns so stark ins Reine bringt? Einfach Mikros anschalten oder in den Chat reinschreiben, wie es Ihnen lieb ist. Was ist an der Ehe das Besondere, das uns so stark triggert, dass uns so stark, okay, wir öffnen uns. Warum öffnen wir uns in anderen Beziehungen nicht? Also es ist wichtig, dass es bestimmte Beziehungen in unserem Leben gibt. Die Ehe spiegelt uns. Das ist wunderschön. Ich hatte eigentlich auf meiner Einladung zu meiner Hochzeit einen wunderschönen Versuch von König Schlomo. Dass wie im Wasser sich ein Gesicht zum anderen spiegelt, genauso im Leben. Eine Seele spiegelt sich in der anderen. Es ist sehr, sehr nach vielen Meinungen so, dass wir in unserem Ehepartner genau uns bekommen, aber ein bisschen andersrum. Und deswegen sind wir so oft und so genau auf den Punkt genervt. Weil wenn man sich selbst und seine Fehler aber in der anderen Person sieht, dann ist es sehr, sehr schmerzhaft. Und es ist auch interessant, dass unsere, es gibt eine ganze Wissenschaft im Judentum, die heißt Musa. Und im Musa geht es darum, wie man den eigenen Charakter entwickelt. Und die Musa-Spezialisten, sie sagen, dass sobald man eine Person, man ist und man bekommt eine starke Reaktion auf diese Person, das heißt auf bestimmtes Benehmen, auf bestimmte Abläufe, dann ist es sehr wichtig, in sich hineinzuschauen. Weil ich bin nicht durch jedes Benehmen genervt. Sehr viele Sachen, ich sehe und ich kann einfach daran vorbeigehen. Nichts in mir bewegt sich, wenn ich das sehe. Sehr, sehr oft. Nicht immer, aber wirklich glauben Sie mir, fast immer Werte so sein, dass wenn mich etwas sehr, sehr stark wird, okay, das bin ich in Wirklichkeit, okay. Ich sehe gespiegelt in Wirklichkeit mich und das ist das, was so weh tut, weil ich sehe von außen mit Abstand, wie wahnsinnig das einfach aussieht. Ja, gucken wir ja schnell in den Chat, weil da gab es einige gute Antworten, die eher bringen schwach und stark Punkte ans Licht. Okay, wunderschön, wir teilen alles mit diesem Mann. Wir können uns nicht verstecken, nicht verstellen. Okay, ich nehme mal den letzten Punkt. In unserem Leben gibt es Beziehungen, in die wir reingeboren werden, wie zum Beispiel unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Verwandten. Und dann gibt es gewählte Beziehungen. Die Ehe ist so ein bisschen ein Zwischending, okay. Es ist eine Beziehung, die auf jeden Fall eine gewählte Beziehung ist. Aber es ist eine Beziehung, die eigentlich, ich würde sagen, fast ausnahmslos, bedingungslos ist. Das heißt, ich nehme eine Beziehung mit dieser Person auf und ich sage, weißt du was, ich gebe dir eigentlich, ohne etwas zurückzuerwarten, okay. Das heißt, während andere Beziehungen eher wie ein Geschäft aufgebaut sind, okay. Das heißt, ich gebe etwas sehr, sehr oft, sogar in Freundschaften, um etwas zurückzubekommen. Und Freundschaften lohnen sich, wenn dort viel Umsatz gemacht wird. Das heißt, ich gebe genug und ich bekomme genug zurück. Und es können intellektuelle Sachen werden, es können emotionale Sachen werden. Es geht gar nicht um Geld. Aber die Ehe ist eine Beziehung, in der ich gebe und ich erwarte nicht, dass die Rechnung aufgeht. Weil interessanterweise, in Beziehungen, die so nah sind wie die Ehe, wird die Rechnung niemals aufgehen. Das heißt, ich werde fast niemals das Gefühl haben, dass ich, weil was ist ein gutes Geschäft? Ein gutes Geschäft ist, wenn ich weniger investiere als das, was ich dabei zurückbekomme. In einer sehr, sehr nahen Beziehung wird das fast immer so sein, dass ich das Gefühl habe, dass ich mehr investiere als das, was ich zurückgebe. Okay, weil ich mache das ja. Ich bin ja emotional dort wirklich, wirklich dabei. Okay, was ist die andere Person? Das heißt, ich bringe den Müll raus, du bringst die Kinder in die Kita. Ich mache die Steuererklärung, dafür nimmst du die Kinder fürs Wochenende raus, okay. Und wenn man die ganze Zeit sich so überlegt, ist es wichtig zu verstehen, die Rechnung wird niemals aufgehen. Deswegen, wir gehen davon aus, dass das Geben in der Ehe absolut zentral ist. Ralf Dessler sagt auch wunderschön, er sagt, dass das Wort Liebe auf Hebräisch Ahabah, die Wurzel von diesem Wort ist, es zu geben. Das heißt, die Liebe baut auf dem Geben auf. Was meint es? Es ist nicht, wie wir normalerweise denken, okay, wir lieben zuerst jemanden und dann geben wir dieser Person. Nein, sagt Ralf Dessler, es ist andersrum. Je mehr wir jemandem geben, desto mehr werden wir diese Person lieben, weil durch Geben baut sich eine Beziehung auf. Je mehr ich in jemanden investiert habe, desto mehr bin ich mit dieser Person verbunden. Aber nicht, je mehr ich diese Person, je mehr ich das gegeben habe in der Formel eines Geschäfts, ich gebe, um dann zurückzuwenden. Nein, ich gebe wirklich. Deswegen, wenn man sich überlegt, eine Beziehung von Mutter zu Kind oder umgekehrt von Kind zu Mutter, von welcher Seite wird es immer stärker sein? Von Mama oder vom Kind? Von Mama. Absolut von der Mama. Absolut von der Mama. Das Kind hat natürlich auch sehr starke Gefühle. Aber das, was die Mama in dieses Kind investiert hat, noch bevor das Kind überhaupt das Licht dieser Welt gesehen hat, okay, das kann man mit gar nichts vergleichen. Und die Investition in diese Beziehung und in dieses menschliche Wesen war einfach absolut überproportional. Und das Kind wird wahrscheinlich während des ganzen Lebens der Mama niemals das zurückgeben können, was die Mama dort gemacht hat. Deswegen ist die Liebe sehr, sehr viel stärker. Deswegen verstehen wir, dass die Liebe, es ist ein, sozusagen, es ist ein Verb, okay? Es ist nicht einfach etwas, was da ist oder was nicht da ist, sondern Raph Dessler gibt uns einen Tipp. Er sagt, Liebe ist dann dort, wo Geben da ist. Und Geben, welches authentisches Geben ist, welches richtiges Geben ist, wo ich bereit bin, dir zu geben, ohne etwas zurückzuerwarten. Jetzt, wir haben gesagt, dass wir in eine Beziehung mit Erwartungen kommen. Ja, letzte Stunde haben wir besprochen. Wir haben unsere Erwartungen, die teilweise von unserem Elternhaus kommen, teilweise von Leuten, die wir kennen, von Hollywood, von allen möglichen Sachen, die in unsere Köpfe reingegangen sind. Und es ist wichtig, vor allem vor sich selbst und am besten auch vor dem Partner, einfach dieser Erwartung bewusst zu sein. Nein, weil sehr, sehr oft wissen wir noch nicht mal selbst, was wir erwarten. Und wir wissen noch nicht mal selbst, was wirklich unsere Bedürfnisse sind. Das heißt, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, als Sie diese Liste aufgeschrieben haben. Aber ich habe schon so oft gesehen Frauen mit dieser Aufgabe, die, wenn wir dann in einem Raum sind und tatsächlich diese Übung machen, sie sitzen mit dem Stift und können erst mal gar nichts aufschreiben, was eigentlich unglaublich ist. Sind diese Bedürfnisse nicht da? Nein, diese Bedürfnisse sind auf jeden Fall da. Warum kann dann jemand nicht sofort loslegen und schreiben? Weil wir uns dessen einfach nicht bewusst sind. Weil wir denken, ja, es ist so selbstverständlich. Aber ist es nicht unglaublich, dass, wenn ich selbst nicht meine Bedürfnisse kenne, wie soll dann die andere Person sie wissen? Und wir haben dieses Verständnis davon, dass, aber wenn jemand mich wirklich liebt, er wird es erraten können. Okay, weil er hat ja das Wettbewerb von Telepaten gewonnen. Okay, er hat den zweiten Platz dort gemacht. Und er wird mich irgendwie schon lesen können. Er wird es irgendwie selbst alleine, ohne dass ich ihm das gesagt habe oder mir selbst das sogar zugegeben habe. Er wird es verstehen, wie das läuft. Deswegen ist es extrem wichtig, sich selbst gegenüber das zuzugeben. Und in den nächsten Unterrichten werden wir ein bisschen über die Kommunikation sprechen. Wie man das überhaupt effektiv dem Partner rüberbringt, was man tatsächlich braucht. Jetzt. Ich würde Sie bitten, die Liste mit den Erwartungen durchzugehen und zu überlegen, welche von diesen Bedürfnissen sind wirklich Bedürfnisse. Okay, das heißt Bedürfnis meint, ich brauche diese Sache. Und welche von diesen Sachen sind einfach meine Präferenzen. Okay, es wäre nett, wenn. Okay, das heißt, es gibt Sachen, ohne die ich nicht normal funktionieren kann. Okay, und dann gibt es Sachen, die einfach nette extra sind. Und dann zu verstehen, dass sobald meine Basisbedürfnisse ausgefüllt sind, und zum Beispiel, ich kann sagen, mein absolutes Basisbedürfnis, das habe ich neulich absolut verstanden und sogar mit meinem Mann besprochen. Ich habe ein Bedürfnis für Ruhe oder für Schweigen. Okay, ich brauche das einfach, dass irgendwann das Haus oder mein Kopf oder das Leben um mich rum, wenn es einfach still ist und ich dabei nicht schlafe. Okay, ich muss wach sein und es muss einfach nur still sein. Es müssen nicht drei Leute auf einen. Es ist für mich fast unmöglich, normal zu funktionieren. Und dann ist es wichtig für mich, diese Bedürfnisse an meinen Mann und an meine Umgebung zu kommunizieren. Jetzt, es ist wichtig zu verstehen, dass wenn ich meine Bedürfnisse aufschreibe, und wir haben gesagt, wir schreiben immer neben dem Bedürfnis, in wessen Verantwortungsbereich das fällt, zu verstehen, dass wir in unserem Kopf, oder ich kann zumindest von mir reden, als ich diese Übung gemacht habe, ich habe sehr viel, vielleicht zu viel an Leute um mich herum abgegeben. Das ist vielleicht mit die Verantwortung von meinem Mann. Vielleicht nicht komplett, aber das ist mit seiner Verantwortung. Erstens gibt es nicht so etwas wie Verantwortung, welche geteilt ist. Jemand, der in einem Managementjob arbeitet, weiß, dass wenn Verantwortung von zwei oder drei Menschen getragen wird, das meint, die Sache wird einfach niemals gemacht. Die Verantwortung wird immer von einer Person getragen. Eine Person ist letztendlich verantwortlich dafür, dass etwas durchgeführt wird. Vielen Dank. Is it just me or is Ita gone? Ita, Ita ist raus und dann wieder rein. Wir versuchen, sie zurückzubringen. Okay. Ich wäre mir nicht sicher, ob das nur ich bin oder ob das... Gut. So, können Sie mich sehen? Können Sie mich hören? Super, alle hatten Zeit, kleine Notizen zu machen. Jetzt ist Mutter wieder zurück. Sorry, es ist etwas mit meinen WLAN. Wir probieren das nochmal. Okay, das heißt, wir sagen, dass bei den Bedürfnissen es extrem wichtig zu verstehen, in welchem Verantwortungsbereich das fällt. Und es ist legitim zu sagen, dass die Eltern verantwortlich sind für die Bedürfnisse ihrer Kinder bis zu einem bestimmten Alter. Aber es ist eigentlich, und natürlich ist es sehr, sehr persönlich, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich für eine gesunde, erwachsene Person nicht legitim zu sagen, weil jemand anders ist für die Erfüllung meiner Bedürfnisse verantwortlich. Okay. Wenn ich das brauche, dann muss ich einen Weg wissen, einen Weg finden, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Full stop. Okay. Das heißt, ich bringe ein Beispiel. Zum Beispiel, ich habe ein Bedürfnis, intellektuelle Gespräche zu führen. Okay. Ich brauche das. Ich bin so gemein. Und ich sage zum Beispiel, ich habe sogar das Bedürfnis, intellektuelle Gespräche mit meinem Mann zu führen. Okay. Weil so finden wir unsere Nähe, so verstehen wir uns. Das ist ein Teil, ein großer Teil unserer Beziehung. Aber ich kann niemals sagen, dass es in seinen Verantwortungsbereich fällt. Warum nicht? Ich kann sagen, ich bin dafür verantwortlich, ein Umfeld zu schaffen, in dem es leicht ist, solche Gespräche zu führen. Das heißt, ich werde genug lesen. Ich werde unseren Tag so arrangieren, dass es Möglichkeiten gibt, überhaupt in Ruhe miteinander zu reden. Okay. Ich werde vielleicht keine Ahnung was machen. Aber es ist nicht seine Verantwortung, dass meine Bedürfnisse erfüllt. Es ist wichtig, dass er versteht, dass es meine Bedürfnisse ist. Und natürlich, es muss ihm wichtig sein, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind. Eine Beziehung, in der der Mann sagt, weißt du was, es ist mir egal, was du brauchst. Okay. Das ist ein Anfang vielleicht vom Ende. Okay. Aber es ist wichtig, dass die andere Person versteht, was ich brauche. Okay. Und sein Bestes tut, soweit wie er kann, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und dass ein gegenseitiges Verständnis besteht, dass wir unser Bestes tun, um die Bedürfnisse voneinander zu erfüllen. Jetzt, manchmal haben wir einfach Erwartungen, die zu hoch sind. Zum Beispiel, wenn wir ein ganz simples Beispiel bringen. Jemand ist sehr unpünktlich. Okay. Jemand ist die ganze Zeit zu spät. Der Mann, sagen wir mal, ist zu spät. Das ist jetzt nicht unser Fall. Aber der Mann, sagen wir mal, ist immer zu spät. Und die Frau ist immer frustriert. Wie kann das sein? Ich bin immer pünktlich. Okay. Und er kommt immer, immer zu spät. Wie kann das sein? Er respektiert mich. Und da kommen natürlich Gedanken nach Gedanken, von was das wirklich jetzt bedeuten könnte. Jetzt ist es wirklich wichtig, bei diesem Bedürfnis zu verstehen, warum erwarte ich von dieser Person, dass sie pünktlich ist? Hat diese Person wirklich mir jemals gezeigt, dass sie pünktlich ist? Okay. Ich bin so, aber ich bin eine erwachsene Person. Ich verstehe, dass Menschen unterschiedlich sind. Ich kann nicht erwarten, dass alle sind. Und wenn tatsächlich alle so wären wie ich, wäre die Welt sehr, sehr langweilig. Okay. Das ist eine andere Person. War diese Person jemals pünktlich in seinem Leben? Nein. Noch nie. In allen Jahren, dass zum Beispiel wir zusammen leben, es war noch nie der Fall. Warum erwarte ich immer noch, dass es der Fall sein wird? Ist es nicht einfach ein pinkes Fantasieschloss von Disney, was ich mir aufgebaut habe, was aber tatsächlich mit dieser Person nichts zu tun hat? Ja, ich kann sagen, ja, aber es ist mir unbequem. Okay. Ich mag es, rechtzeitig loszugehen. Dann muss ich mich technisch so einpendeln, dass ich weiß, diese Person ist immer 15 Minuten spät. Ich habe zum Beispiel Freunde, die einfach pathologisch immer zu spät sind. Okay. Es ist immer so. Oder es ist manchmal die Mentalität eines bestimmten Landes, dass alle immer zu spät sind. Okay. Dann werde ich mich so technisch einfach organisieren, dass ich weiß, diese Person kommt 15 Minuten spät und ich komme dann 15 Minuten spät. Das ist mein Rechtzeitig dann. Okay. Weil ich werde nicht 15 Minuten irgendwo stehen und auf jemanden warten. Okay. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, die Bedürfnisse immer mit der Realität abzugleichen. Ist es überhaupt realistisch, dass ich das von der anderen Person erwarte? Hat diese Person jemals mir gezeigt? In Fallen kommt diese Gespräche. Ja, aber das hast du schon tausendmal gemacht und das habe ich dir schon tausendmal gesagt. Okay. Ja, dann öffne mal die Augen und verstehe. Das ist die Realität. Diese Person ist so. Woher kommt dieses Verständnis oder dieses Selbstverständnis davon, dass jemand sich nach meinen Vorstellungen jetzt umformen soll? Ja. Diese Person ist anders, aber ich denke, du solltest so sein. Stell dir uns vor, unser Mann oder irgendjemand überhaupt in meiner Umgebung würde zu mir kommen und sagen, weißt du was, Gita? Ich hätte gerne, dass du jetzt ab morgen blond bist. Okay. Auch unter meiner Perücke. Ich bin nicht blond. Okay. Und die Leute kommen und sagen, ich hätte gerne, dass du blond bist. Ich wäre sehr verwundert über so eine Aussage. Warum denkst du, ich sollte jetzt? Ja, aber ich finde blonde Menschen gut. Warum jetzt plötzlich? Ich bin nicht blond. Ich habe nicht vor, blond zu werden. Ich bin so, wie ich bin. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, in bestimmten Bereichen, wiederum ist es nicht über alle, aber über die meisten Bereiche, zu verstehen. Das, was ich von der anderen Person erwarte, wie realistisch ist es? Und warum? Woher nehme ich mir die Freiheit, einfach die andere Person nach meinen Vorstellungen umzuformen? Es gibt immer diese, vor allem in der russischen Kultur, diese ganzen Sprichwörter, dass der Mann ist so wie Knete. Okay, und die Frau knetet aus dieser Knete das, was er wirklich sein sollte. Wirklich, es gibt diese ganzen Lieder. Ich habe ihn geknetet aus dem, was da war und dann habe ich gelernt, es zu lieben. Woher kommt das? Was ist das überhaupt für ein Respekt zur Persönlichkeit, dass die Frau denkt, oder manchmal höre ich von Frauen, jemand fragt sie, wie viele Kinder hast du? Und dann sagt sie, drei Kinder. Und dann sagt sie, echt? Ich dachte, du hast zwei Kinder. Ja, mein Mann zählt auf als ein Kind. Was ist das für eine Aussage? Echt? Eine erwachsene Frau denkt, sie ist mit einem Kind verheiratet? Also ich wäre sehr verwundert, so etwas zu sagen. Würde sie das in seiner Anwesenheit sagen? Es ist vielleicht noch viel schlimmer. Ja, aber was ist das für ein Respekt, einen erwachsenen Menschen so zu behandeln, wie man eigentlich vielleicht eher ein Kind behandeln würde? Ich würde meinem Kind vielleicht helfen, bestimmte an bestimmten Charaktereigenschaften zu arbeiten, bestimmte Seiten von sich selbst vorsichtig zu sehen. Aber eine erwachsene Person, und das ist das, was man im Judenum eigentlich Respekt nennt. Dass man sagt, ich sehe dich für das, was du bist, und das ist genug für mich. Ich respektiere dich und ich mag dich dort, wo du bist. Okay? Und wir lesen in unseren Schriften, dass das ist eigentlich das Hauptbedürfnis, wenn man jetzt verallgemeinern würde, eines Mannes in einer Beziehung. Ein Mann in der Beziehung, fast jeder Mann, wird vor allem Respekt brauchen. Jetzt werden die sagen, ja, aber jeder braucht Respekt. Sicherlich braucht jeder Respekt. Aber wenn die Frau nicht in der Lage ist, ihrem Mann Respekt zu zeigen und die ganze Zeit an ihm irgendwie rumknetet, okay, und die ganze Zeit, ja, aber mach das anders und wäre das nicht toll. Ich war einmal in einer Himmischen Uhr, wo ein Rabbiner unterrichtet hat und seine Frau saß neben ihm. Und sie hat ihm die ganze Zeit gesagt, was er sagen soll. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich weiß nicht, wie er das schon jahrelang hinnimmt. Ja, aber das ist unmöglich, neben jemandem zu sein, der nicht die Reife und die Größe hat, einen so aufzunehmen, wie man wirklich ist. Jetzt, wenn wir über die Bedürfnisse der Frau sprechen, über die die Tora selbst spricht, dann, es hört sich sehr, sehr fein an auf Englisch, es sind die drei As. Attention, Affection und Appreciation. Ich übersetze das. Attention ist Aufmerksamkeit, Affection ist sowas wie Zuneigung und Appreciation ist Anerkennung, okay. Diese drei Sachen, es ist, wir als Frauen sind natürlich sehr viel kompliziert, der Mann braucht einfach nur Respekt, wir brauchen drei Sachen, okay, aber so ist es nun mal, okay. Aber das sind Sachen, die eine Frau normalerweise in einer, das heißt, wenn der Mann kommt und er ihr sagt, du siehst toll aus, das, was du heute Abend, keine Ahnung was, mit den Kindern, so wie du mit denen geredet hast, ich schätze das so sehr, du bist so eine tolle Mama. Und übrigens, keine Ahnung was noch, okay, meistens wird der Abend ganz anders verlaufen, okay. Das heißt, wenn der Mann diese drei Punkte berührt, von Aufmerksamkeit, von Zuneigung und von Anerkennung davon, was die Frau tut, meistens für die meisten Frauen wird es das volle Bouquet eigentlich füllen. Jetzt, das heißt, was wir bis jetzt gesagt haben, wir haben gesagt, dass die Bedürfnisse von jedem Partner in der Ehe sehr, sehr wichtig und sehr persönlich sind. Wir haben gesagt, dass es nach der Tora, unsere Rabbiner uns sagen, dass es Bedürfnisse gibt, die geschlechtsspezifisch sind. Jetzt natürlich, es kann sein, dass es irgendwo einen Mann gibt, der keinen Respekt in der Ehe braucht. Ich habe noch nie so jemanden getroffen, die meisten Ehen, das ist genau da der Punkt, dass die Frau nicht in der Lage ist, ihrem Mann Respekt zu geben und ihn für das zu sehen und das anzuerkennen, was er ist. Und dann die drei Sachen, die eine Frau braucht, das ist Aufmerksamkeit, das ist Zuneigung und das ist Anerkennung davon, wer sie ist. Jetzt, damit der Mann genug Respekt bekommt, das ist verständlich, was man dann soll, wir werden in der nächsten Stunde das ein bisschen mehr erläutern. Interessant ist, wie die Frau sich selbst organisieren kann, sozusagen, damit sie ihre Bedürfnisse von ihrem Mann in diesen drei Bereichen erfüllt bekommt. Und da ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Menschen, die uns umgeben, Menschen, die wir wählen, damit sie uns umgeben, sind da meistens eine einfache Sache. Entweder ist es das, was diese Menschen uns gegenüber tun, oder es ist meistens der Zustand, in dem wir sind, wenn diese Menschen neben uns sind. Okay, ich wiederhole das. Menschen, die jemanden neben sich wählen, sie tun das wegen des Zustands, in dem sie selbst sind, wenn diese Person neben ihnen ist. Okay, und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig für sie, mit ihrem Mann, mit ihrem Partner, ein offenes Gespräch darüber zu führen. Was ist die Erwartung des anderen Partners an das Haus? Was erwartet die Person, wenn sie in das Haus reinkommt? Und sehr, sehr oft werden diese Erwartungen sehr, sehr weit auseinander liegen. Sehr oft ein Mann, der müde nach Hause kommt, hat einfach das Bedürfnis, einfach nur sich zu entspannen, nach einem schweren Arbeitstag einfach nur da zu sein, ohne etwas leisten zu müssen. Und eine Frau möchte aber sehr, sehr oft sehr stark und intensiv mit dem Mann kommunizieren. Und es ist wichtig, diese zwei Verständnisse, diese zwei Erwartungen, an das wir ein Haus aussehen sollen, wirklich aneinander anzupassen. Okay, jetzt, wenn wir darüber reden, was wir sagen, okay, das ist aber etwas, was ich brauche. Das ist etwas, was ich absolut nicht loslassen kann. Ich brauche das, dass mein Mann mir Anerkennung, Zuneigung und, das war die dritte Sache, Faction und, dass er mir zeigt, dass er mich mag. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass es, und unsere Chamin schreiben darüber wieder und wieder, es ist fast unmöglich, von jemandem gemocht zu werden, weil man sich selbst nicht mag. Okay, das heißt, kein Mensch wird mich mehr lieben, als ich selbst mich liebe. Okay, ich wiederhole das. Es ist unmöglich, von jemand anderem gemocht zu werden, wenn man sich selbst nicht liebt. Und keine Person auf der ganzen Welt wird mich mehr mögen, als ich selbst mich mag. Okay, das heißt, dass meine Beziehung zu mir selbst, so wie ich mich selbst sehe, kann eigentlich von keinem anderen getoppt werden. Das heißt, wenn ich selbst nicht schätze, das, was ich mache, wenn ich selbst mich, sogar in so einfachen Sachen, wenn ich mich selbst nicht schön finde, ist es fast unmöglich, für eine andere Person zu kommen und sich für mich zu begeistern. Ja, wenn wir Zeit haben, wir können in der nächsten Stunde ein Training machen, wir haben das schon mehrmals mit Frauen gemacht, ein Training, wie man Komplimente macht und wie man Komplimente annimmt. Und es ist faszinierend, wie schwierig es ist, für die meisten Frauen Komplimente anzunehmen. Jemand kommt und sagt, wir trainieren das im Raum. Eine Frau kommt und man trainiert das in Paaren, man weiß, es ist vorgespielt, es ist nichts Echtes. Man sagt, du siehst wunderschön aus. Und die wissen die Regeln, wie man ein Kompliment annimmt und sagt, das ist doch gar nicht, du siehst gut aus. Dann antwortet man irgendwann irgendwelches Blödsinn zurück. Aber warum? Warum sind wir nicht in der Lage, einfach ein Kompliment auszunehmen und zu sagen, danke, das fühlt sich so gut an. Danke, dass du mir das gesagt hast. Einfach aufrichtig das auszunehmen, weil wir uns selbst in vielen Sachen gar nicht sicher sind. Und deswegen, so, so vieles in einer Beziehung, so, so vieles hat mit unserer Beziehung, mit uns selbst zu tun, mit unserem Selbstbewusstsein. Wie gut, gestern hatten wir ein sehr interessantes Gespräch über die Dankbarkeit von der Gemeinde von Düsseldorf. Und dann hat eine Frau die Frage gestellt, aber wie kann ich wissen, was ist mein einzigartiger Punkt, was ist meine Aufgabe auf dieser Welt? Ja, das ist eben eine von meinen Aufgaben auf dieser Welt, mich selbst kennenzulernen. Okay, und deswegen die Hausaufgabe für die nächste Stunde wird sein. Ich möchte Sie bitten, 50 von Ihren positiven Charaktereigenschaften aufzuschreiben. Okay, 50 positive Charaktereigenschaften. Ja, okay, ich bitte Sie einfach, sich hinzusetzen und das aufzuschreiben. Okay, einfach eins nach dem anderen. Wenn einfach keine Adjektive mehr einfallen, dann können Sie googeln. Es gibt Listen, also normalerweise würde ich eine Liste rausgeben mit Adjektiven von Charaktereigenschaften. Und dann von dort einfach rauszunehmen und nicht zweifeln. Ah, bin ich das wirklich? Bin ich das? Einfach drauf los, okay? Das sind Sachen. Und dann, nachdem Sie 50 auf einer Seite drauf haben, ich würde Sie bitten, 10 rauszunehmen, die stärker sind. Okay, und dann 5, die wirklich Ihre 5 Charaktereigenschaften sind. Das heißt, wenn ich Sie jetzt in einem Interview bitten würde, sich in 5 Worten zu erklären, wenn Sie diese 5 Eigenschaften nennen würden, das wären tatsächlich Sie. Okay, und das werden wir diese 5 Eigenschaften sehr, sehr stark brauchen, wenn wir über Streit reden. Die spielen eine riesige Rolle dort. Und für sich selbst, es ist sehr, sehr wichtig, sich selbst erstens zu beobachten, während ich diese 5 aufschreibe. Okay, wie viel Widerstand ich dort schreibe? Ah, ich bin, keine Ahnung, ich bin intelligent. Echt, bin ich intelligent? Okay, weil dieses innere Gespräch ist fast interessanter als die Liste selbst. Okay, und dann tatsächlich diese 5 aufzuschreiben und diese 5 so ein bisschen zu lernen. Okay, also so ein bisschen ein Kennenlernspiel mit sich selbst. Und in der nächsten Stunde werden wir ein bisschen darüber reden, welche Rolle Selbstbewusstsein in den Beziehungen spielt, wie man daran arbeiten kann. Und hoffentlich kommen wir ein bisschen der Selbstkenntnis hoffentlich näher. So, wir sind eigentlich so ein bisschen am Ende von dem angelangt, was ich heute erzählen wollte. Wenn Sie irgendwann die Fragen haben, können wir sie besprechen. Ansonsten, ich lasse Sie mit der Hausaufgabe. Und bitte, also nachdem Sie jetzt Zoom ausmachen, tatsächlich setzen Sie sich hin und machen Sie sofort die Aufnahme. Weil man sagt, ja, 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 ich mache das irgendwann später. Ja, 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 bestimmt machen Sie es später. Einfach sofort sich hinzusetzen, diese Aufgabe zu machen. Und es ist so wichtig, auch Zalanta sagt, es ist möglich, 70 Jahre, wir haben das im ersten Unterricht gesagt, mit sich selbst zu verbringen, ohne sich selbst kennenzulernen. Und das ist sehr, sehr traurig. Und wir haben so viel Ablenkung und so viel Blödsinn, weil es uns gibt, nichts ist wichtiger als Ihre Kenntnis von sich selbst. Weil bevor man sich selbst kennt und ohne sich zu kennen, kann man sich nicht mögen wirklich, ist es unmöglich, von einer anderen Person wirklich gemacht zu werden. Und ein Mann spürt das 100 Prozent. Eine Frau, die sich mag, eine Frau, die einfach mit sich selbst zufrieden ist und mit sich selbst gut ist, wir fühlen das noch nicht mal in Ehebeziehungen, sogar in Freundschaftsbeziehungen. Wir kennen diese Menschen. Und wir können nicht immer alle auf einem sehr hohen Energieniveau sein und immer sprechen. Aber es ist wichtig, dass das eigentlich der Basiszustand ist. Ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin und ich finde das eigentlich ziemlich gut. So, ja, irgendwelche Fragen? Ich wollte nur einmal kurz jetzt, damit ich das richtig verstehe. Ich werde wahrscheinlich bis Ende des Jahres nicht fertig, bis ich 50 Eigenschaften finde. Davon sollen wir 10. Wir sind sehr bescheiden, Sie können schon anfangen zu schreiben. Danke. Was soll von den 50 mit den 10 genau sein? Sie wählen 10, welche stärker sind als der. Das heißt, diese 10 sind wahrscheinlich dominanter als die anderen 40. Aber wirklich nicht so sehr, wirklich nicht mehr, so aus dem Bauch heraus. Das bin ich. Und dann morgens anzuschauen, ob das wirklich so stimmt. Und von den 10 dann nochmal die 5, die nicht am Kopf schweigen. Genau, das sind meine Instrumente. Ohne diese 5 könnte ich tatsächlich, so wäre ich nicht ich. Die anderen, die ersten 40, die ich herausgefiltert habe, sind interessant und das bin tatsächlich ich. Aber ohne die wäre ich immer noch ich. Ohne diese 5 wäre ich einfach eine andere Person. Nach gestrigen Show auf jeden Fall bin ich auch dankbar. Das kann ich auch dazu schreiben. Das ist schön. Das ist eine sehr, sehr gute Charaktereigenschaft. Danke Ihnen, Rachel, für die Frage. Noch irgendwelche Fragen, Ideen? Einfach etwas, was Sie gerne mit allen teilen möchten. Ich werde hier nochmal im Chat meinen Telegram-Kanal posten, falls jemand noch nicht da ist. Nein, ich kann das tatsächlich noch nicht posten. Moment, ich muss es kurz rauskopieren. Es gibt dort immer gute Ideen oder überhaupt Informationen, falls ich irgendwo unterrichte und Sie gerne dort mitmachen möchten. Können Sie sich gerne dazu schalten. Hier ist es. Und ich freue mich immer, alle zu sehen. Es ist immer interessant, weil ich sehe, gibt es eine Aufnahme von gestern? Genau, dort im Chat ist auch die Aufnahme von gestern. Genau, es ist eigentlich für mich, war das eine sehr, sehr große Überraschung, wie viele Leute die Aufnahme sich anschauen. Und ich glaube, die erste Aufnahme des Unterrichts wurde jetzt irgendwie 300 Mal angeschaut. Ich habe noch nie etwas bei YouTube gepostet. Das ist überhaupt das erste Mal, dass wir das so in diesem Format tun. Ich fand das eigentlich sehr, sehr spannend. Meine Kinder gucken immer nach. Und wie weit sind wir jetzt? Wie viele hunderte von Leuten? Das ist jetzt unser Familiensport. So, es ist wunderschön, Sie alle zu sehen. Ich sehe, hier sind Leute aus Amerika und aus Deutschland und Herrgott weiß, woher. Es ist schön, dass es Frauen gibt, die an ihren Ehen so interessiert sind, dass sie an einen Mittwochabendzeit investieren. Das ist wirklich die Investition in die Ehe. Die Investition in sich selbst ist wahrscheinlich das Beste, was wir uns antun können. Und unseren Familien und unseren Kindern, das sind Sachen, die für uns und für die Generationen nach uns wirklich sehr, sehr große Ergebnisse bringen werden. Vielen Dank, dass Sie da waren und mir die Möglichkeit geben, alle diese Sachen nochmal zu sagen, damit ich selbst sie auch hören kann, weil es ist natürlich, es gibt manchen Unterricht, ich unterrichte schon fast seit 20 Jahren. Es gibt Unterricht, den ich schon selbst, keine Ahnung, als 40 Mal unterrichtet habe. Und dann beim 40 Mal komme ich zu meinem Mann und ich sage, weißt du was, jetzt habe ich wirklich verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe jetzt irgendwie etwas, etwas gefunden. Und ich sage, ja, ich verstehe, aber trotzdem. Deswegen vielen Dank Ihnen für diese Möglichkeit. Es ist wunderschön, Sie zu sehen. Und ich hoffe, Sie nächsten Mittwoch hier dann wieder zu sehen. Danke Ihnen, danke nochmal an Hannah und Limod und Thora Mizzin und alle tollen und wunderbaren Frauen, die heute da waren. Vielen, vielen Dank Ihnen und viel Kraft und Inspiration und Selbstkenntnis und alles. Machen Sie es gut. Vielen Dank, liebe Ita, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir haben Zeit, bis zur nächsten Woche uns deine Aufnahme 40 Mal anzuschauen, um das dann richtig zu verstehen. Macht's gut. Ganz lieben Dank an Ita und alle tollen Teilnehmerinnen. Gute Nacht. Alles gut. Gute Nacht. Macht's gut, ja. Danke. Danke.